Mein Name ist Doris Zwingelberg. Meine Firma nennt sich Sein und Design. Und der Hauptaugenmerk liegt auf Mode zum Wohlfühlen. Wir fertigen für Damen und Herren Wendecapes an, die wir individuell, bequem und vielseitig anfertigen möchten. Und der Wohlfühlaspekt ist uns sehr wichtig. Die Farben sind uns wichtig. Der Kunde soll das bekommen, indem er sich wohlfühlt. Grundmaterialien sind reine Schuhwolle oder Lammwolle, die wir in Deutschland leben lassen, die wir in unserem Atelier verarbeiten, dass man es eben beidseitig tragen kann und der Kunde immer den Vorteil hat, dass er zwei Kleidungsstücke in einem hat. Ich arbeite gerne mit Wolle, mit Naturmaterialien, mit Leinen, mit Seide. Es ist für mich ein Faktor des Wohlfühlens, der Bequemlichkeit, auch des Praktischen. Und die Resonanz zeigt einfach, dass es entsprechend der Kundschaft auch geht, das Wohlfühlgefühl. Resonanz von einer Kundin, liebevoll wie eine Umarmung. Und das war ein großes Kompliment für mich.